Du schwimmst im Meer und etwas streift dein Bein. Als es zu brennen beginnt, weißt du, dass dich eine Qualle erwischt hat. Aber wie können diese schönen Glibber-Kreaturen solche Schmerzen verursachen? Quallen sind weich, denn sie bestehen zu 95% aus Wasser und einer durchsichtigen Galertmasse namens Mesoglea. Da ihr Körper so empfindlich ist, brauchen sie zu ihrem eigenen Schutz und zum Fangen von Beute Knidozyten, giftige Stacheln, sogenannte Nesselzellen. Selbst Babyquallen von der Größe eines Radiergummis können stechen. Quallenlarven, die E-Führer, sehen aus wie winzige pulsierende Blumen im Meer. Mit der Zeit werden sie schirmförmig mit einer Glocke an der Spitze und herabhängenden Tentakeln um den Rand. Die Tentakel der größten Quallenart, der gelben Haarqualle, können mehr als 30 Meter lang werden, länger als ein Blauwal. In den Tentakeln befinden sich die meisten Nesselzellen, bei einigen Arten auch an der Glocke. Das Gift wird über Nematozyten ausgestoßen, peitschenähnliche hohle Röhrchen, die unter hohem osmotischem Druck aufgerollt sind. Wenn mechanische oder chemische Reize deren externen Auslöser aktivieren, springt der Deckel der Zelle auf und Wasser strömt hinein. Dadurch schießt eine mikroskopisch kleine Harpune mit Widerhaken heraus und injiziert das Gift. Die Entladung der Nematozyten dauert weniger als eine Millionstel Sekunde. Einer der schnellsten biomechanischen Prozesse überhaupt. Nematozyten funktionieren auch nach dem Tod einer Qualle noch. Daher müssen an der Haut haftende Tentakel entfernt werden. Durch Abspülen mit Essig werden nicht entleerte Nesselkapseln meist deaktiviert. Auch mit Meerwasser lassen sich ihre Reste entfernen. Man darf dazu jedoch kein Süßwasser verwenden, da jede Veränderung des Salzhaushalts den osmotischen Druck außerhalb der Nesselzelle verändert und die Kapsel auslöst. Deshalb kann auch das Urinieren auf die betroffene Stelle, ein gängiges Volksheilmittel, je nach Zusammensetzung des Urins eher schaden. Die meisten Quallenstiche sind schmerzhaft, doch manche können tödlich sein. Das Gift der indopazifischen Würfelqualle oder Sehwespe kann in hoher Dosis zu einer Kontraktion der Herzmuskeln und zum raschen Tod führen. Das Gift wirkt so schnell, dass man sofort ein Gegengift und ärztliche Hilfe braucht. Trotz der enormen Kraft ihrer Tentakel sind Quallen nicht unbesiegbar. Die Stachelzellen sind dem Panzer von dickhäutigen Raubtieren wie der Lederschildkröte und dem Sonnenbarsch nicht gewachsen. Beide Raubtiere verhindern, dass glitschige Quallen entkommen, wenn sie sie verschlingen. Die Schildkröte mit nach hinten gerichteten Stacheln in Mund- und Speiseröhre und der Sonnenbarsch durch gebogene Schlundzähne hinter den Wangen. Hummerlarven können sich an die Glocke einer Qualle heften und mitschwimmen. Sie ernähren sich von ihr und sparen so ihre eigene Energie für ihr Wachstum. Kleine, flinke Fische nutzen Quallen als Schutz, indem sie zwischen den Tentakeln durchflitzen, ohne sie zu berühren. Nacktkima, mit schützendem Schleim überzogene Meeresschnecken, können die Waffen der Qualle stehlen. Sie fressen die Nesselzellen und lagern sie in Säcken ein, zum Einsatz gegen ihre eigenen Fressfeinde. Sogar der Mensch könnte eines Tages von Qualenstichen profitieren. Nesselzellen könnten zur Verabreichung von Medikamenten genutzt werden, wobei Nematozyten kaum 3% so groß sind wie eine Injektionsnadel. Sei also stets vorsichtig, wenn du im Meer badest. Aber nimm dir auch einen Moment Zeit, um die Wunder darin zu bestaunen. Willst du mehr TED-Ed? Dann klicke auf Abonnieren. Du weißt nie, was du als nächstes lernen wirst. Ich hoffe, dass du als nächstes lernen wirst.